und ab geht's ja in planet freedom ein bisschen erholt kleine erfrischung zu mir genau um mir dieses tolle neue extrem bunte stelle level abzugucken ist das ein moment da müssen wir noch mal rein da sind ja so viele das ist ja echt ein paradies da holen wir uns doch auf jeden fall noch ein level dazu noch einmal hier rein ja noch mal kurz ein bisschen hp holen komm einen kriegen wir doch noch und runter und rein schade moment ah ok da können wir auch wieder hoch kommen dann drückt mich mal hoch kommen wir hier noch durch wieder ich will doch immer zurück dafür ist es einfach zu geil kommt noch mal ein paar punkte holen ja ich weiß ich könnte jetzt auch drauf verzichten aber ich wollte sowieso noch mal gucken was hier oben noch ist jetzt du mich auch disco kugel ok jetzt wird's funky moment tanz tanzi tanzi verdammt ich hab's abgebrochen schade da war so ganz so coole musik oh nein und mitch bemüßt nein aua du bist ja auch gemein ok einmal ausgleich ging kommen wir hier hoch hier geht's so runter männer und oder was so immer für klo ja auch was und hier ist auf jeden fall ein motorrad zu unseren anderen hellen zack zack oh was haben wir hier oh sehr schön warte mal ich geh mal kurz runter und schluck die wops rüber juhu ja haha das sah doch schon mal cooler aus als beim ersten versuch und ab nach oben geht's zack ich bin weg ok ihr seid ja gemein da gehen sie einfach mal weg moment nochmal komm ich hier rauf ne moment wir warten mal kurz knapp 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 ist das ganze ich brauche ein bisschen mehr hp leute oder leben genau aber habe ich mir noch schöner jetzt gerade in dem moment ja danke kommt ja wie berufen und ist er staubt sauer mein geht in wassertempo oh ja und und jetzt haben wir hier noch eben hoch ja ach und weg hier da ist da ist doch da ist doch moment mal da ist doch ja kommen wir vielleicht hier mit hin können wir hier irgendwie was freischalten oder so na gut kristall sind auch na gut das ist eine gute frage und ich hätte noch gerne in den ein das war auch mal ein schneller was das war auch mal ein schneller was und weiter geht's wow wow und ab mit dem Heißluftballon weg von hier das ist ja mal gemein lässt er mich einfach hier fallen lässt er mich hängen naja hängen das auch nicht weil sie eigentlich fallen aber ne jo ih und weg mit uns schnell 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 diese Robo Katze ist ja echt gemein oder sind unsere freunde ja danke schmeißen wir mal schmeißen wir noch mal überlebete ich muss auch sauber leben oder muss ich die Katze bekämpfen ich muss sie bekämpfen ich dachte ich muss so einfach abhauen ich muss sie ich muss sie ich muss sie auch ich muss sie auch ich muss sie auch danken oh nein 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 da warnt sie da warnt sie die HP Drops oh gut okay wir wissen ja jetzt was uns erwartet wir sind wir sind wir sind und mal gucken ich werde mich jetzt ein bisschen weiter hinten positionieren und hoffe dass das was bringen naja mal gucken wieder zurück die brauchen habe zurück nein 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 verdammt ja Mist 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 Wow also dieser Boss der hat es echt in sich noch mal mit voller Concentration rangehen ja mit voller Concentration gut man muss mal gucken das war irgendwie die richtige Taktik rausfindet die 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 Komm, RP drop, RP drop, RP drop, rupd, 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 rupd! Naja, das wird echt knapp. Ah, ich brauch mehr, verdammt, komm, nein, 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 fast hatte ich's, also ich bin auf jeden Fall schon mal weitergekommen, so langsam, langsam geht's hier voran, ja, aber ich verdiene die ganze Zeit sein Leben, okay, gut, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, also wir müssen auf jeden Fall immer ausweichen, nach vorne rennen, im Schaden machen, so, volle Leben haben wir mal. HP Drop, ah, den hab ich jetzt leider nicht gekriegt. Oh, no, oh, and I love to blime. Oh, nein. 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 Komm, der muss doch mal sterben, oder was? meine güte was denn das hier alter schwede aus einmal ganz kurz moment moment bevor ich jetzt komplett verlieren stellen wir uns das mal auf cash und jetzt das ganze level noch mal machen wir haben alle level wieder zurück alle leben wieder zurück das ist ja auch nett ja das ist mir echt zu hardcore gerade da fälle ich ja sonst komplett tut mir leid aber gut denn wenn wir jetzt noch mal den teil hier wiederholen vielleicht noch mal ein paar leben sammeln der boss war echt heftig also meine güte was man natürlich machen kann ist dass wenn wir das level geschafft haben das wird dann wieder auch normal zurück stellen mal gucken wie es klappt also ich werde auf jeden fall mal versuchen den boss jetzt als ich musste ihn ja schaffen damit ich weiterkommen aber im moment wird gehen mal hier oben ich will noch mal ganz kurz runter ach nee das war nur eine bank ich dachte da war eine kiste schade jetzt habe ich ihn verloren wir sind einfach rüberfloppt haben wir glaube ich beim letzten run auch gemacht da ist noch was interessantes ja gute frage ist sind wir dann gegen die probleme mit gegen die dinger immun die uns den stromschlag verpassen wollen naja gut jetzt haben wir wieder das gleiche ach ja die stelle käme ja ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch will natürlich noch versuchen das ein oder andere leben anzuholen aber wir riskieren das ganze mal ach komm ein leben können wir noch in 35 kristalle sollten wir eigentlich schaffen sagen wir bestimmt noch einer von gehe ich einfach mal aus naja kommt 22 nur noch mal nur noch 13 stück mal nur noch 13 stück dann haben wir noch ein paar mit juhu neun level erneu leben durch rachen hier vielleicht haben wir jetzt noch mal glück ja das ist schon mal ganz gut mich würde mal interessieren was da sonst noch so rausspringt moment es geht auch so nein das hatte ich doch beim letzten mal auch genau an dieser stelle oh mir wird runter gefallen ich glaube nicht dass er jetzt noch ein leben rausholt hier das ist schon sehr krass moment da gucken wir mal was da war das hier lang bin mir nicht mehr sicher ja doch wir sind auf jeden fall richtig das sieht schon mal gut aus ach so ich dachte da war noch mal ein glücksspiel aber nein doch nicht Gott da müssen wir ja den ersten boss ja auch nochmal machen war das nicht hier schon der eine super geile boss hier ja 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 das ist ja na gut okay das ist Casual denn bringst du für euch jetzt und so aber gut das ist ja nett das ist ja das ist ja gut haben wir jetzt auch mal ausprobiert ich glaube das würde ich wahrscheinlich nächstes mal lieber einfach nehmen weil wenn wir unsere AP automatisch wieder aufladen im Bossfight naja das ist ja schon so da kann man ja auch gleich Gottmodus aktivieren, cheaten oder was auch immer naja gut was solls egal ich spiel jetzt weiter machen wir da jetzt an der Stelle trotzdem mal weiter aber gut was solls okay ihr Lieben wir kommen wieder zum Ende dieses dieses dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten wieder haut rein und macht's gut bye bye